Große Sorge um Angela Merkel. Beim Empfang des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky erlitt die deutsche Kanzlerin offenbar eine Art Schwächeanfall. Sie machte fahrige Handbewegungen, ihr Oberkörper begann zu zittern, dann auch ihre Beine. Ab und zu presste sie ihre Lippen aufeinander. Nach dem Ausklingen der Nationalhymne fingen sich die 64-Jährige wieder. Den Rest der Zeremonie absolvierte Merkel bei Temperaturen um 30 Grad scheinbar mühelos, ohne sichtbare körperliche Probleme. Kurz darauf erklärte die Kanzlerin, sie habe drei Gläser Wasser getrunken. Das habe ihr offenbar gefehlt. Laut der Nachrichtenagentur dpa hatte Merkel früher bereits bei ähnlichen Gelegenheiten ein solches Zittern gezeigt. Damals sei jeweils Wassermangel bei großer Hitze als Ursache genannt worden. Der Antrittsbesuch von Zelensky konnte wie geplant fortgesetzt werden.